Dies ist ein weiteres Video zu dem Thema M-Bot 2 mit M-Block. Und in diesem kleinen Beispiel soll es jetzt darum gehen, wie man mit dem M-Bot eine Linie verfolgen kann. Und da möchte ich erstmal kurz das Konzept vorstellen, bevor es zum Programmieren geht. Ich werde aber nur eine ganz einfache Version vorstellen. In den Aufgaben findet ihr dann noch ein bisschen komplexere Aufgabenstellungen, wo ihr das dann auch anwenden könnt. Also zur Linienverfolgung gibt es den Sensor hier unten. Das ist ein RGB-Sensor, der kann also auch Farben und Farbunterschiede erkennen. Und da gibt es vier Sensoren. Also hier weiter außen, hier, hier und hier. Die habe ich hier mal von oben aufgemalt. Da gibt es also zwei rechts und zwei links. Das ist jetzt von oben praktisch. Wenn man von oben da drauf guckt, so soll das sein. Und die Fahrtrichtung ist jetzt hier nach vorne. Und die Idee ist, dass ich zum Beispiel, wenn, je nachdem wie breit die schwarze Linie ist, ich nehme die jetzt mal ein bisschen breiter an. Und dann ist die Idee, ich male die mal ein bisschen breiter im Moment. So kann man das vielleicht ein bisschen besser erkennen. Also die Idee ist, dass die beiden inneren Sensoren sollen hier verwendet werden. Links eins und rechts eins. Und solange die beiden Sensoren hier über schwarz sind, dann soll der M-Bot geradeaus fahren. Wenn jetzt zum Beispiel hier der auf der rechten Seite auf nicht mehr schwarz zeigt, also je nachdem, was da außen rum ist, weiß oder grau oder so, also auf, ich sage jetzt einfach mal nicht schwarz, alles, was nicht schwarz ist. Wenn also der M-Bot beim Fahren so ein bisschen in diese Richtung abgedriftet ist, dann würde der ja hier nicht mehr über der schwarzen Linie liegen. Dann soll im Prinzip von dem rechten Rad aus, also von diesem hier auf dieser Seite, soll ein kleiner Impuls ausgehen. Das heißt, das soll ein bisschen schneller drehen, beziehungsweise das linke Rad hier auf dieser Seite würde dann entsprechend einfach ein bisschen langsamer drehen, was man lieber möchte. Und genau andersrum, wenn jetzt hier der linke Sensor, wenn der hier so ein bisschen von der Linie abkommt, also nicht mehr über schwarz ist, dann wäre es halt genau andersrum. Dann würde entsprechend das rechte Rad ein bisschen langsamer drehen oder man könnte es auch so machen, dass das linke Rad ein bisschen schneller dreht, sodass er quasi, statt hier direkt drüber zu stehen, würde er jetzt, wenn er hier ein bisschen abgekommen ist, wenn er also so fährt zum Beispiel, dann würde er einen kleinen Impuls in die Richtung kriegen. Und wenn er hier so ein bisschen abgekommen ist und hier fährt, dann würde er einen kleinen Impuls in diese Richtung kriegen, sodass dann wieder möglichst bei der nächsten Abfrage wieder beide Sensoren überschwarz sind. Dann fährt er natürlich geradeaus. Also dann haben beide Räder die gleiche Geschwindigkeit. So, das ist die Idee, diese Linie zu verfolgen und die wird jetzt einmal im Programm umgesetzt. So, schauen wir uns an, wie das Ganze im Programm aussieht. Ich habe hier schon ein paar Variablen angelegt. Achso, und diesmal reagiert er nicht gleich, wenn das Programm hochgeladen wird, sondern erst, wenn auf diesem CyberPie die Taste B gedrückt wird. Das ist das kleine Dreieck. Man kann es nur, also welches Ereignis auch immer das Programm auslöst, das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ich mache erst mal nur eine ganz einfache Variante, wie gesagt. Das hier brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das eingefügt habe. Eine ganz einfache Variante und das könnt ihr dann noch ein bisschen aufpimpen und dann auch die Aufgaben im Kurs dazu bearbeiten. Also, die Idee ist, ich habe eine Grundgeschwindigkeit, die habe ich jetzt auf einen bestimmten Wert gesetzt. Den kann man natürlich variieren. Und ich habe einen Drehfaktor, der ist unter 1. Das heißt, wenn ich jetzt das linke oder das rechte Rad die Grundgeschwindigkeit mit dem Faktor multipliziere, dann dreht es entsprechend etwas ein bisschen langsamer. Das ist die Idee. Also, ich habe mich für die langsamere Variante entschieden. So, jetzt brauche ich erst mal eine Schleife, nämlich einfach eine Endlosschleife. Man könnte natürlich auch hier wieder auf irgendeinen Sensor reagieren lassen, damit er anfängt oder aufhört, die Linie zu verfolgen. Aber es soll ja eine ganz einfache Variante hier sein. So, jetzt habe ich also eine Schleife und jetzt möchte ich meinen Sensor auslesen. Und da möchte ich hier dieses hier haben. Das heißt, ich kann hier auswählen, welchen Sensor ich ansprechen will. Ich will ja die beiden inneren ansprechen. Fange ich also mit dem rechten an. Und der rechte soll reagieren auf schwarz. Eigentlich auf nicht schwarz, aber die kann ich nicht alle auswählen. Also lasse ich ihn auf schwarz reagieren und verknüpfe das dann hier mit einem Nicht. Also diese lange Anweisung heißt jetzt, wenn der RGB-Sensor auf der rechten Seite innen, wenn der nicht schwarz anzeigt, dann soll etwas passieren. Also brauche ich hier noch ein wenn. Wenn. Und zwar mache ich das Ganze erst mal über Geschwindigkeitsberechnung und am Ende lasse ich dann die Räder entsprechend der Geschwindigkeiten drehen. Also brauche ich hier meine Variablen. Also ich möchte die Geschwindigkeit links und die Geschwindigkeit rechts. Die möchte ich entsprechend setzen immer. Also einmal setze ich die am Anfang einfach auf die Grundgeschwindigkeit beide. Das heißt, ich würde geradeaus fahren. So. Und wenn es nicht geradeaus geht, wenn also hier der rechte nicht mehr auf schwarz ist, dann müsste ich ja im Prinzip das linke Rad langsamer drehen. Genau. Dann kann ich also nicht die beiden hier nehmen. Moment, die dupliziere ich mal eben. Brauche ich ja gleich nochmal, deswegen. So, dann habe ich also das linke Rad langsamer. Die nehme ich also nicht die Grundgeschwindigkeit, sondern da sage ich die Grundgeschwindigkeit mal Also die Grundgeschwindigkeit mal diesem Drehfaktor. So, dann dreht das linke langsamer und er macht einen kleinen Dreh nach links. So, jetzt kann ich nicht einfach sagen sonst, sondern ich muss dann sagen, es kann ja auch sein, also ich möchte ja nur nach rechts drehen, wenn der rechte auch tatsächlich der rechte Sensor, also der Moment. Nein, Quatsch, wenn der linke Sensor entsprechend nicht schwarz zeigt, dann würde ich ein bisschen nach rechts drehen. So, genau. Das heißt, ich brauche die gleiche Abfrage nochmal hier. Die kann ich auch duplizieren. So, wenn der linke innere, wenn der nicht schwarz zeigt, dann möchte ich entsprechend nach rechts drehen. Man kann sich ja sonst immer das Bildchen nochmal wieder vor Augen führen und nach rechts drehen heißt, ich brauche den hier einmal, nach rechts, heißt, die rechte Geschwindigkeit wird runtergesetzt, indem ich mit dem Faktor multipliziere. So müsste es eigentlich passen. Also, wenn ich den rechten nicht mehr auf schwarz habe, das würde ja bedeuten, der rechte hier ist hier runter. Ich möchte also nach links rüber fahren. Das heißt, das linke Rad hier muss ein bisschen langsamer drehen. Und das tut es auch. Und entsprechend andersrum, wenn der nicht mehr über schwarz ist, dann möchte ich, dass das rechte Rad ein bisschen langsamer dreht. So müsste es passen. So, was jetzt noch fehlt, ist das Drehen des Rades. So, ich brauche etwas, wo er dauerhaft dreht. Und dieses hier. Also, ich habe jetzt praktisch für das linke Rad und das kann ich natürlich auch das rechte Rad auswählen. Kann ich den gleich einmal kopieren hier. Nehme ich gleich. Also, wenn ich jetzt über die Wenn ich jetzt über die verschiedenen Fallunterscheidungen hier die Geschwindigkeiten gesetzt habe oder berechnet habe, dann möchte ich entsprechend das linke Rad und das rechte Rad drehen lassen. Also das linke Rad auf der linken Geschwindigkeit. und entsprechend das rechte Rad und entsprechend das rechte Rad auf der rechten Geschwindigkeit. So, so müsste es passen. Zumindest in so einer ganz leichten Grundversion. Und probiert es doch einfach mal aus. Und dann kann man das Ganze noch ein bisschen verschönern, dass man das sich natürlich auch anzeigen lässt auf dem Display, was er gerade macht, nach links oder rechts oder geradeaus. Und man kann es auch über die LEDs, die hinten am CyberPie sind, noch ein bisschen schöner anzeigen. Und man kann auch hier das Ablesen der Sensoren noch ein bisschen genauer machen. Aber dazu mehr in den Aufgaben. Okay, viel Erfolg! Okay, viel Erfolg! Vielen Dank! Vielen Dank!